Hallo Freunde, ich bin heute auf dem Weihnachtsmarkt, Erdigshof glaube ich jetzt ist es, bei Eben. Da nehmt euch ein bisschen mit und dann zündet ihr euch so ein bisschen mal was sehen, wie der Weihnachtsmarkt aufgebaut ist. Ich zeige euch einen schönen Weihnachtsmarkt, würde ich sagen, wir sehen uns und ich zeige euch ein bisschen was. Bis später. Jetzt kriege ich mal einen Kaffee hier, jetzt kriege ich hier einen Kaffee, Kaffee von meinem Schatz, Kaffee, und die Mami hat was Gutes, Mama ist ein Säufer, Mama ist ein Säufer? Was hat sie gemacht? Gerne. Ein Kaffee Baileys. Nein, ein Kaffee Baileys. Warmen Baileys mit aufgeschäubert. Wie ihr sehen könnt, ist hier so ein bisschen was aufgebaut, hier sind ziemlich viele Stände und vor allen Dingen in jeder dieser Hallen ist irgendetwas weihnachtliches drin. Gutes, oder warmen Baileys haut rein rein? Ah, das haut rein rein. Ja, kleiner aber feiner, schnieker Weihnachtsmarkt. Und wenn man da war, hier ist jetzt eine Sache, ich crecs dich, so ein bisschen was zu tun. Dann bin ich da, wo die Schatz, wo die Schatz, wo die Schatz, wo die Schatz, wo die Schatz ist. Wein? Ja, nicht für mich. Ja, für die Oma. Wie gibt's Wein? Der fränkische Satz. Hört sich doch gut an. So einen können wir doch nicht nehmen. Für die Oma. Das sind ein paar Kokos, Kürbis, Mandeln. Da ist wohl überall ein bisschen. Da gibt's auch Hanfkerne, die ich durch die Leibzone bringe. Hanfkerne? Es gibt auch Malnüsse, Schatzi. Kürbis, Cashew. Einen Nussmix. Erdnuss und Mandeln. Habst du das schon probiert, die Kürbis? Das ist auch nicht so süß wie hier. Wer Bescheid weiß, einfach losreden. Das ist losreden. Das ist ein Nougat mit Mandeln. Aber jetzt. Das ist halt so. Das ist ja nicht so süß. Das ist auch die Überringer. Ach, Kürbis, allein. Aua! Aua! Nomnom! Ja, dann muss aber noch Autofahren! Au, Kakao! Vollmilch, Zartbitter, Vanille... Das ist echt ein schöner Weihnachtsmarkt, direkt am Erichshof in Ebern. Richtig, das nicht falsch sagt, Erichshof in Ebern. Das Wetter spielt leider nicht so mit, aber gut, muss ja nicht unbedingt. Das hier ist sehr geil, gefällt mir sehr gut. Lass mal ruhig wirken. Lass mal ruhig wirken. Wie auch mal ruhig wirken. Kalki-Lafik 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 Musik Ja, eigentlich ein schöner Weihnachtsmarkt, wenn man so bedenkt, oder beziehungsweise ja, doch Weihnachtsmarkt. Ich finde es auch echt groß, wo für jeden nächstes Jahr, der Bock drauf hat, kann er gerne mal vorbeischauen. Ich glaube, der ist nur ein Wochenende, soweit ich weiß, findet der statt. Viele Buden natürlich da. Viel zu essen, viel zu trinken. Also ist schon echt schön. Und überall kann man auch reingehen. Das ist viel Arbeit. Musik Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Die Schuhe von der Tochter sind dreckig. Also, nochmal von vorne. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben lassen, kommentieren, liken, teilen. Ich würde mich sehr freuen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein!